Eine weitere Top-Favoritin, Pina Theodoridis aus Australien. Die 30-jährige Bankangestellte ist Miss Australia, 96. Sie ist die Titelverteidigerin. Dazu Miss Universe, der Figurklasse, 96. Auch sie wählt sich ihre Wettbewerbe ganz gezielt aus. Und es war von Rhein-Klaas, wird schwer werden, sie zu schlagen. Willkommen zur Siegerehrung. Claudia Machmo auf Platz 4 vor Terry Roberts und Yvonne Kelly, Australierin und der schottischen Meisterin. Auf Platz 3 schließlich die Italienerin Chiara Cagliaro. Brigitte Krepieu aus Frankreich wird zweiter und Pina Theodoridis gewinnt den WM-Titel, 97. Brigitte Krepieu. Ein weiterer großer Titel für die 34-Jährige. Aber die Beste war Pina Theodoridis. Die Weltmeisterin von 96 verteidigt ihren Titel und ist wieder die Nummer 1 auch in Athen. Aber auch die Konkurrenz ist hier in dieser Klasse enger zusammengerückt. Es gibt viele sehr talentierte junge Athletinnen. Und es wird sicherlich nicht leicht sein, den Titel ein weiteres Mal im kommenden Jahr zu verzeidigen. Von der Figur Klasse 2, der Damen, kommen wir gleich zu den Junioren. Vorher machen wir noch einmal etwas Werbung.